Ich habe eine Businessbox für meinen Freund und seinen Geschäftspartner gemacht. Und zwar hat sich mein Freund selbstständig gemacht, auch immer noch, wo er Menschen hilft. Als allererstes bekommen beide eine Cola Zero. Dann gibt es ein richtig leckeres, knuspriges, großes Baguette. Das habe ich in zwei geteilt. Einmal mit Käse und Gurke und einmal mit Schinken. Dazu gibt es dann einen Bulgursalat. Den können die dann daneben bei wegsnacken. Und zwei Erdbeeren und ein paar Weinträubchen. Es muss natürlich auch was Gesundes dabei sein. Dann gibt es zweimal Creme Brulee und zwei Macarons in grün und in gelb. Natürlich müssen wir die Box auch noch ein bisschen schön machen. Erstmal einen Briefumschlag mit zwei Servietten. Und dann gibt es für beide noch einen Löffel und eine Gabel. Und ich bin auch schon fertig. Wie findet ihr die Businessbox? Ich hoffe, die beiden freuen sich.